Ich sag zwei Begriffe und du sagst immer, was dir dazu einfällt. Ostsee oder Nordsee? Nordsee. Wirklich? Ja. Okay, wegen Ebbe und Flut und so. Ja. Gut. Ostsee ist aber auch schön. So. Kann man das sagen? Ja. Angeln oder Fahrradfahren? Wenn, lieber angeln. Beim Fahrradfahren tut mir immer der Arsch so weh. Und beim Angeln kann man schön sitzen? Ja, kann entspannt seine Zigarette dabei rauchen, kann Bierchen trinken. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Du warst auch noch gar nicht raus in den letzten 20 Minuten. Nee, ich, wenn du mich aber weiter ärgerst, dann geh ich raus. Ja, ich beeil mich auch. Selber kochen oder lieber bestellen?